hallo sag mir was hallo bis jetzt so 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 Twitch.tv slash official left Ich kann ja auch Spaß, jedes Mal einen anderen Streamer nehmen. Der Ficker hat zwei zwei drei. Oh Nino, Profil auf Privat stellen. Ganz schnell. Achso, ja, stimmt. Aber für niemanden zugänglich, auch für Freunde nicht. Doch, für Freunde muss ich auch. Ja, okay. Ah doch, ich glaube, ich habe nur Freunde. Wo mache ich noch mehr Freunde? Ne, du musst die mit dafür öffnen. Ja, ich sehe es. Meine Privat-Sphäre einstellen. Genau. Ja, Freunde, Freunde nicht. Ja, Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Format. Mit dabei ist Nino. Hallo. Und wir machen sozusagen, also ich habe mich, glaube ich, dafür entschieden, das Format Challenge Ip zu nennen. Und das wird so aussehen, dass wir uns jedes Matchmaking-Game eine neue Challenge stellen. Und anfangen werden wir mit Deagle-Only, ja, selbst in der ersten Runde Deagle-Only, also Grenades, alles erlaubt. Oder? Grenades, alles erlaubt, würde ich sagen. Und wir haben uns ganz neue Accounts dafür gemacht, ja. Aber wir versuchen hier gleichzeitig auch noch, Silber zu werden, ja. Das heißt, wir haben eine Challenge, die wir eigentlich versuchen nicht zu schaffen, wenn man das so sieht. Oder? Kann man eigentlich so sagen, denn wir wollen... Aber Nino hat gesagt, wir... Da hast du schon unsere Pings gesehen. Fuck. Alter, was ist denn mit deinem Ping? Ja, hab ich mich auch gefragt. Ich habe auch keine Lex. Hast du auch? Doch, ich habe Lex. Ich habe sowas von Lex. Ne, ich habe keine. Das ist ein EU-Morps-Server, Alter. Green oder was? Ey. Ich muss die noch muten. Ich könnte ja jetzt eigentlich die Folge hier dazu nutzen, um auch irgendwelche Leute in Game of Thrones zu spoilern, weil ich ganz normal weiß, dass ihr jemanden zuguckt, der... naja, wie soll ich sagen, keinen Sky besitzt. Oh nein. Ich weiß ja nicht, wann ich das Format denn hochlage. Weiß ich ja nicht. Und... Ich glaube... Keine Ahnung, auf Baddale kommt... What? Ich dachte, wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so. Der eine, der ist ja tausend Stunden gegen... Was spielen wir hier bitte? Keine Ahnung. Fast, der Guardian... Ich wollte noch mal irgend sowas. Ich bin gegen... Fast, gut. Wuhuuu! Wuhuuu! 3 VES 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6 gut lage fahren zum alle muten oder oder plötzlich wird nicht vielleicht okay ich hab ich hab schon mal versaut ich muss nicht ich muss nicht ich hab gewöhnungsbedürftig kevla ging auf ich muss knifen oder du stirbst kurz nein ist aber nicht erlaubt ok ist der oder 40 hp steht halt einfach da da ist hier ist gar nichts los und der kenne ich denn warum mache ich auch noch warum gewinne ich ja stimmt wir dürfen ja gar nicht gewinnen fuck alter und das ist auch noch deine idee wie man zwei one klicks vertrest desto öfter wir gewinnen desto noch verlieren ja ich habe jetzt zeus gekauft egal ist zeus eigentlich erlaubt sag mir mal ja also ich denke doch nicht dass wir irgendwie auch was guten greenhold b greenhold b please oder okay he's dead Der letzte Gold Nier. Der ist irgendwo im T-Spawn oder so. Oder Action. Haben wieder Smurfs? Hm, was? Uh, der zweite könnte ein Smurfs sein. Dieser Kappa, dieser Kokos. Hey Juli, guck mal auf das Profil vom Russen und Gegnerchen. Was soll das sein? Guck mal drauf. Was soll das sein? Guck drauf! Oh, privat? Ja. Ja. Achso, ich hab gedacht, ich soll das Profil Bild angucken. Nein, Profil. Alter, du bist so behindert. Ich hab gedacht, ich hab drei Leute auf A, hab ich gepankt. Und ich bin gepankt. Oh, der Smurf. Können wir den kicken? Ja. Hä? Welcher war der Smurf? Der Kokos. Ja. Come on, dude. Let's kick him. Ich muss sagen, let's take time out. Also wenn das kein Smurf... Oh. Ey. Ey. Du warst plötzlich vor mir. Bei mir steht jetzt schon, wenn sie mehr Teamschalten macht, dann wird sie... Oh, oh. Yeah. Alter. Alter. Alter, was? Alter. Juhu. Ah, der leckt. Ah, 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 ah! Ah, die Fälle. Also, mir fällt nur eine, ich habe nur eine Idee, wie wir das ganze gewinnen können, äh, verlieben können. Ich add jetzt mal einen aus dem Dignal-Team. Warum? Und sag dem, ey, yo, kommt mal, wenn wir zählt hier sind, jede Runde auf B und dann gehen wir bei der B und lasst jede Runde drauf, okay? Was? Wir lassen die, wir gehen zusammen auf B, lassen die einfach immer da drauf, okay? Ja, ja. Ich add, ich klapp mir das einfach jetzt, äh... Hat er angenommen? Alter, wer ist... Typisch Schwede, Alter. Typisch Schwede. Typisch Schwede. Machete ist doch Deutsch, oder? Oh, der hat auch ein privates Profil. Das wird immer besser. Das wird immer besser. Oh, ne, Juli, wir gewinnen das auch noch, ey. Hehehe. User has scouted your channel. Ähm, okay. Das wird dir immer besser. Okay, ne, wir gewinnen das nicht. Ja, wir wollen was an. Alter, guck dir mal die Pings an, Mann. Wir spielen einfach gegen Schweden. Nein, das kaufe ich, Alter. Juni, du... Alter, was... Bist schon gewohnt, AK zu kaufen, oder? Ja, ich hab mir einfach mal einen AK und einen Tick gekauft. Nein, nein, nein. Papa. 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 Oh nein. Papa. Papa. Ich hab ne Arbel. Willst du haben? Na, darf ich nicht. Da muss weniger Kills machen. Alter Nino! Da muss weniger Kills machen. Der gewinnert sonst. Scheiße. Hä? Wo ist der? Keine Ahnung, warte mal. Holt dir mal die Bombe. Wir müssen uns die Bombe snacken und drücken die dann einfach nicht hin. Ah, ich hab meine Diagnose. Ich hab Bombe, ich hab Bombe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kauf AKs und lass die hier liegen, für die Gegner. Ja, mach ich grad, mach ich grad. Echt? Ich hab einen Scourge, weil ich hier bin. Ich hab grad ne AK gegrauft und hab's im Spawn liegen, lass für die Gegner. Da, 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 da. Nino! Ja, ich versuch's. Alter, wir haben... Hey! Was ist, wenn wir versuchen, Machete zu kicken? Take time out, take time out, guys, take time out. Oh Gott. Im Effekt, einige haben doch drei Reblimbs. Ja! Wir dürfen jetzt einfach gar nichts mehr machen, Alter. Ich bin jetzt nur noch auf dem Spot. Fall nicht auf dem Spot. Wir machen einfach nichts. Ja gut, unsere Teammates machen halt was. Warte, ich muss mal so auf... Warte mal... Gate. Okay. Als ob Machete kein Smurf ist. Ich mach jetzt gar keine Käse mehr. Der Typ hat Ace. Oh, jetzt wird's fangen. Komm schon, wie schnell geht's? Wir müssen ihn jetzt wegmachen. Bevor Machete ihn bekommt. Der hat's, ey. Mann. Wie, hat der Spray Control, oder? Soh, みgcle«, ey., Nö, Alter, der hat nicht ein Hedge… Doch, der hat ein Hedgehofer da gegeben. Der Typ… Ich sag , der kann nichts, die gegner sind einfach nur 10. Was soll den Bast bedeuten? Genilo. Ä, was? Was soll BUST bedeuten? Boost Nein, BUST 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 BUST, Alter Ey, da rutscht ja einer! Ich hab dir mit Molotow abgefahren Komm schon, Yugi Seid ruhig, seid ruhig Hast du gehört, gell? Bitte, er hat mich set Ich glaub Chair Oder Connection Action Oh mein Gott Oh mein Gott What the hell Alter, wie lecker ist dieser Typ He's dead, he's dead Ähm Ja komm, deshalb verlieren Komm schon, hier schüttet Alter Ja Oh Mann, der kriegt hier auch noch Das ist hier Ja Fühlt heute Oh Alter 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 Alter, guck dir das an, der Typ kauft dauerhaft SG, Alter, du merkst mal wie scheiße der ist Und er messert auch noch seine Team Ah ne, er hat sich, oder? Da hat er sich gemessert Ja ja Cool, ich bin ich hoffe grad über den, über den Spot Ich bin, Juni, ich bin im Windu Habe kein Bullshit Doch, ich messer grad ein Oh Mann, schade, er hat sich gemessert Gute, du kannst einfach auf den Spot drinnen Ey Ey Das nächste Runde, dann gehen wir an der anderen Bühne hoch, okay Und dann sind wir noch ein Versuch rein zu messern Ah Da ist ja ein Russe Ah, der hat privates Profil Na, 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 da, 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 da Ich guck dem Machete jetzt mal zu Oh yeah Oh Mann 100 pro Snurkle, 100 pro 100 pro Snurkle, 100 pro Wir müssen auf CT so verkacken Wir haben alles noch easy Alter Ähm Okay, woher wusste der das? Hey, was? Safe Oh Mann, ey Wieso holt der das denn? Juli, wir müssen ins Rollen, okay? Okay Ja, pfff, ich mach grad keine Kills mehr Pass auf, ich hab ne Idee Also du bist ganz hinten Okay Guys, jetzt komm Auto gonna be, okay? Juli? Komm schon Also ich mach vorne den Gang zu und du hinten, okay? Bist du bereit? Okay, komm on, geil Auf die Gitter, auf die Gitter Auf die Gitter Ja, du bist vorne, du bist vorne, du bist vorne Ja, du bist vorne Du bist vorne Fest, fest drin, fest drin Ach, jubi, Juli Lass die alle rein, lass die alle rein, lass die alle rein Wer, wer war das? Wer war das? Machete, Alter Die haben mich aber alle angegriffen Wie geil Wie geil Wie geil Da liegt der AK, warte, der muss sich safen Ja Der freut sich Da kommt einer Ai Ja, jetzt ist es GG, oder? Glaubst du, wir haben es verloren? Ja, ich Er lässt halt die Bombe allein auf B Nee, lass die nicht kippen Doch, doch, doch Mach, 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 mach Mach, mach, mach Zwei bei zwei Wir verlieren sowieso Und wir müssen uns die Die Kicks aufnehmen Für die nächsten Games Nino, du bist so scheiße Hallo, ich hab Erfahrung hier drin Das ist nicht das erste Mal, als ich das versuche Ja, Leute, wir sind erst in der zehnten Runde Wir nehmen schon 20 Minuten auf Ja, aber das wird noch so Die geht lang, die Aufnahme Sag ich jetzt schon Wenn das hier so weitergeht, ey, guck mal was denn macht Ey Guck denn hier das Crosshair-Brett Nee, Crosshair-Placement Geht hier so Also, da hab ich schon eine Schlimmere gesehen Ab dem Wort Ja, ich muss das Ja, wie geil Ah 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 Der Typ legt so, den kann man nicht treffen Ich finde es echt witzig, dass Get Right gerade eben noch einen besseren Ping hat als der Boss Wir werden die Vataministen Ah Mir fällt etwas ein, was ich jetzt machen muss Äh, hier Hilfe-Einstellung Testatur-Maus Ring Nee, das machen wir irgendwann Ach so Ändern Ein, okay Ich schreibe deinen Flashback Nico ist raus Schreibe deinen Flashback Ey, what the fuck Ey, so wird das schon nicht Na da Du wirst die Treppenste Ja, ne Das geht nicht, ich kann so nicht Verkleben Ja, ne Ich muss das mit dem Mod Das Oh Uuuuuh, ach schade. Wie ist der Typ nicht? Jack defused doch! WTF, Alter? Was ist denn falsch bei dem? Wenn der jetzt kein defused-kit... Okay, gut. Ey, ich hätte gelacht, wenn der jetzt kein defused-kit hätte. Alter Schwede. Hey, die Runde wird noch richtig, Gell, Nino. Den Portfant, die brauchen wir mit, Gell? Geh mal den Portfant, die brauchen wir mit, Gell? Ja, oder der, du? Guck mal, der Portfant jetzt macht den Portfant zu, zieht, Alter. Guck mal, der Portfant jetzt macht den Suizid, Alter. Oh, schade. Weil das witzige ist, ja, bei den Mates kommt das Endzhaft, wenn wir ein paar Kills haben, so rüber, jetzt würden wir versuchen, irgendwas zu machen, ja? Dann reporten wir uns auch nicht für den Griffen. Easy. Okay, you drop in an egg. Okay. Warte, mitte? Ja, zwei, ich bin. Warte, f***. Du, die Alter, die Kugelmeister. Schick mal auf zwei. Kalt ist er da weg. Hinter dir. Huck! Ich glaube, dass es zuerst ist, dass es mit der wäre. 55 hab ich dem gegeben. Mann, ich hab den echt ziemlich, ich muss sagen, ich hab den ziemlich spätisch gehört. Kurz bevor du gesagt hast, kurz bevor du gesagt hast, dass der hinter mir ist. Ich hab Musik an. Ich hör kaum was. Ich hör nur hin und wieder mal so einzelne Steps, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der Mitte ist. Nee. Also kurz bevor du es gesagt hast, hab ich es gehört. B ist immer offen. B ist komplett offen. Ein, ja. Ein, ja. Okay. Der ist hat no rank. No room. Er hat no rank. Da kommt einer. Nein, der kommt zwei. Noch einer, noch einer. Ja. Braucht ihr alle. Einer ist auf jeden Fall bei Cherk. Oh man. Der Russe kommt halt rein. Ich will immer noch Erster! Holy shit, man. Ja, du bist halt einfach so. Fuck, ja. Ich hab so oft die Bombe geblendet. Scheiße, man. Aber du hast schon drei MVPs, das ist gut. Ja, ich hab drei Runden. Dann nochmal gespielt. Ich will halt, weil ich seh hier. Die Gegner haben aber auch einen Bot. Juli, wo bist du? Hinter dir. Da kommt der Juli! Oh, ich hab den angemessert, schnell den hast du. Warte, den hol ich mir jetzt. Nein, der sitzt voll. Mann. Der kommt Juli, der kommt rein. Boah. Oh. 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 Gut, half! Nicht vergessen. Och, ich hab noch Dings aus ähh. Lalalala. Voice. Unable. 0. Ups, was hab ich denn jetzt angemacht? Oh, ich könnte mal auf Lab-Sense zocken, fällt mir gerade ein. Wie war das nochmal? RC- oder war das R-U? Alter, der Typ ist gemutiert. Was hat der für eine Kitty-Stimme? Ach, Quatsch. Ich hörte ihn gerade zum ersten Mal, man. Komm, ein Kill passiert hier, oder? Soll ich einen Kill machen? Nee. Judy, ich rette dich, mein Freund. Der kauft Duel-Beretas, what the fuck? Oh. Wollen wir den Bot? Ich übernehme mal den Bot. Nein, ich wollte... Hä? Da sind doch zwei Mates. Was? Was ist das denn? Alter Ernsthaft? Alter... Die Cutie! Ich will sowas nicht sehen. We don't want to see something like this. Hast du F2 gedrückt? Warum? Weil wir das Game so oder so verlieren. Ich will aber nicht mir sowas angucken. Ja, dann musst du ja auch mitzuhalten, ne? Nein! Ich hab vergessen, mir eine Video zu kaufen. Jetzt will ich besser. Deploying Flashbang. Nein. Also ich glaub, der B ist... Der Bot ist durch. Wo sind die denn bitte? Ey. Juni! Es ist noch fast ein Double-Dive-Kill. Nein! Ich hab drei... Ich hab zwei Leute und so angemessert, Juni noch. Das ist dein. Das machst du. Juni. Du Pro-Game halt. Eieiei. Warte mal ganz kurz. Sind alle angemessert, gell? Ja, das weiß ich nicht. Ja, du hast doch keine Chance, den zu hinten mit dem 120 gepingt, Mann. Ja, wir werden erstmal F1 drücken. Schau mal ganz kurz. Du hast eine Liste für den, bei mir, mit mir. Und wegen der F1 flächere macht... Entspanke. Wenn wir sie in die Flagoner zu verwegen... Das ist schon eine Katastrophe! Das ist schon gut. Also ich kann zasein nicht darauf finden, Danke für den Flasch, DUDE! Der Ball ist wieder durchgerusht 360! 360! Oh nein, ich habe es gehofft Juli Juli, Alter Ich habe sowas noch nie gesehen Ey, wir sind so ein Disop Gold, Nova Ey Ich gebe mir grad was zum Essen und ich habe hier nichts zu tun, weißt du Oh Ich habe es gehofft Ich habe es gehofft Ich habe es gehofft nicht getrofern, was Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hm. Aber halt das... Das Judi-Frame, weißt du? Ja schon. Du hast jetzt gar kein Kilo-Mauern, okay. Ich versuch's. Lass ihn jetzt einfach auf B. Warte mal, einfach mal schafft. Wieso spielen die eigentlich noch Revolver? Ach schade, ach nein. In und dem hab ich 88 gedrückt. Alter, dieses Gelegge! Was auf? Was auf? Was auf? Was auf? Das Schlauhe ist. Wo ist es? Das Schlauhe ist. Es ist entdeckend! Flashback! Deploying Flashback! Oh! Geht in der Nähe! Smoke! Wiener? Scheiße, Alter! An die Messer! Was ist hier zu dir? Loll, er wird nicht mit null zu warten! Also es ist recht fast unmöglich jede Runde einzumessern. Nein! Ja, ich kann dir sagen, wenn wir so weiterspielen, ist es fast unmöglich. Nicht gehen! Ja, der hat 100... der hat 100 HP. Wir müssen verlieren, Mann. Wir müssen den kicken. Komm, Leute! Hast du F2 gedrückt? Ja, ich hab dich auf F1 gedrückt. Hä? Warum hat jetzt der andere F2 gedrückt? Ja. Hallo? Kann ich mir noch einen Geger ab. Heißt, das kann man auch mal machen. So bitte in der Aufnahme zu was zum Essen holen und dann geht's los. Aber ich hab gehört, machst du auch immer, gell? Mhm. So Salat und so. Mhm. Mach mal Zeus-Only, das ist doch schwer genug. Hallo. Könnt ein Messer-Only machen und macht trotzdem noch mehr Kills als dieser Ikea-Mongo, Alter. Die Gegner sind doch schön doof, Alter. Das sähe einfach nicht meine Steep-Reunches im Volk an, nimm, ey. Und. 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 Ich weiß, wo ich stehe. Ich kann loswerden und schau, was ich schaffte... Warum machst du was? Ich krieg aber den MVP nicht. Ist das Wichtige. Ja, ich hab... Fuck, Alter, hätt ich am Anfang immer mal nicht... Weil der wohl legt, kriegt das... Er kriegt den MVP. Warte, ach so scheiße, wir sind in CS, ich muss... Ich hab mir schon echt einen Hügel mit großen Englisch, aber es geht einfach nicht. Throwing in a grenade! Und das ist ja das Coole an CT, wir können zwar alle killen, wenn Bombe geblendet ist... Oh mein Gott. 1 Was ist das denn? Ja, die Unitee wird selber 2! Warte mal, ganz kurz. Noch einmal. Wer ist Silber 2? Der ist Simpa Gaming. Ja, so spielt er ja. Auf B machst du bitte keinen Kill, ok? Bitte? Lass sie einfach auf B ratschen. Auf B ist nie jemand! Ja, weil die Mongos dumm sind. Die müssen nicht nur auf B sein, oder? A oder B? A oder B? Ja? Ja. Bist. Ne. Der Hust ist schon komisch. Wenn die Silber sein sollen. Der eine ist auf jeden Fall Silber 2. Ich frag mich, warum die jetzt B gehen. Ich frag mich, warum der Scheißgriff ist immer noch da oben drin. Gar mit Ö. Guck mal, Alter! Mach doch was! Mach doch was! Ist 4 gegen 1! Ist 4 gegen 1! Ja und? Kannst du wenigstens mal den killen. Mh. Mh. Ich hab jetzt gehört. Komm, also einer geht. Ich glaub einer geht jetzt. Einer geht noch. Mal gucken, ob die eine Ava haben. Dann kann ich die Phase nicht verweist. Oder ein Nate-Kilber noch ganz gut. Ich hab umbe. Ja, ich hab viel zu weit gesprungen. Hey, guck mal da! Ah, Juni! Ah, Juni! Mh. Du willst mal sehen, was ich hier veranstalte. Alter, er trifft mich halt nicht. Die nicht, Nino. Ah, Mann. Geh auch nicht. Wir sind mit dem Messer losgegangen. Ey, der Typ hat das ganze Magazin noch nicht abgefeuert, als ich Bunny Hopped auf den Zuberant bin, gell. Mit was? Von welcher Waffe? Äh, Dingens. Hier. Wollwachen. Nicht getroffen, oder was? Nö. Ja, ich war vor allem, ich war einen Meter vor dem Zuberant. Tja. Wow! Der Bot ist in die Feuergranate reingerannt. Ich hab's mal gesagt, es ist nur am Band. Ey, willst du mich verarschen? Nö. Wieso rennt denn der Bot in die Feuergranate? Seit wann macht denn der das? 20 Uhr. Ohhhh! Ohhhh! Was macht denn der das? Der rennt doch... Der ist doch noch nie in Feuergranaten reingerannt. Ohhhh! Gahhhh! Ja, das Spiel wurde mir jetzt nicht angerechnet. Ist doch gut. Nee, weil bei dir wird's ja als Loose gerechnet. Ey, gar nicht mehr Süß wird dir das angerechnet. Nein, ich seh bei ihren Spielen gar nix. Ja, weil wir doch In-Game sind. Das siehst du trotzdem vorher schon. So, nein. Und? Nö, das wird ja angerechnet als Loose halt. Sogar wenn ihr gewinnen würden, dann würde es ja auch als Loose angerechnet werden. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Was ist das für ein... Was ist das für ein Ende von der Folge? Oh, Mann. Ich hab schon... Lol, ich hab schon auf dem Profil zwei freundlich, zwei... ...dass ich ein Lehrer bin und zwei, dass ich ein Anführer bin. What the fuck?! Ja, gut. Naja, Leute, also das war das Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auf das nächste Mal wieder ein, wenn hoffentlich kein Bot in die Feuergranate reinrennt. Ey, mach mich nicht, Mann! Ja, und bis dahin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Hat voll Spaß gemacht, finde ich.